Vortrag von Dr. J. G. Ottema von 1871, vorgetragen in einer Versammlung der Frisch-Genotschab. Herr Cornelius Overdelinden, wohnhaft in Den Helder, erster Meisterknecht bei der Reichsmarinewerft, besitzt eine uralte Handschrift, die seit undenklichen Zeiten in seiner Familie weitervererbt und aufbewahrt wurde, ohne dass noch jemand ihre Herkunft weiß, noch dessen Inhalt kennt, weil Sprache und Schrift unbekannt waren. Man wusste nur, dass eine damit verbundene Tradition die sorgfältige Verwahrung der Handschrift von Generation zu Generation empfohlen hatte. Es stellte sich heraus, dass diese Tradition auf dem Inhalt zweier Briefe beruhte, mit denen die Handschrift beginnt. Die Handschrift war in seinen Besitz gelangt durch die Bestimmung seines Großvaters, des Herrn Andries Overdelinden, wohnhaft in Enkuizen und Alda verstorben am 15. April 1820 im Alter von 61 Jahren. Da der Enkel damals erst zehn Jahre alt war, musste die Handschrift für ihn von seiner Tante Afje Meilhoff, geborene Overdelinden, wohnhaft in Enkuizen, aufbewahrt werden, die sie im August 1848 dem heutigen Besitzer ausgehändigt hat. Dr. E. Fairweiss, der davon Kenntnis erhielt, hat die Handschrift einsehen dürfen und hielt sie sofort für sehr altes Friesisch. Er bekam die Erlaubnis, eine Abschrift davon für die Frieschgenotschab anzufertigen und war der Ansicht, dass es eine Angelegenheit von großer wichtig sein könnte, vor allem weil es kein untergeschobenes und mit betrügerischen Absichten erdichtetes Schriftstück sei, wie er erst befürchtete. Als die Abschrift in meine Hände kam, war auch ich anfangs noch unsicher, obgleich ich weniger beeindruckt davon war, dass ich nicht begreifen konnte, jemand würde ohne jeden Zweck ein falsches Schriftdokument anfertigen und dies nur, um es geheim zu halten. Doch die Unsicherheit blieb bestehen, bis dass ich genaue Faximiles von einigen Fragmenten und später die Handschrift selber zu Gesicht bekam. Der erste Anblick davon beruhigte mich sofort, was das hohe Alter der Schrift anbelangte. Augenblicks kamen mir die Worte Cäsars in den Sinn, als er von der Buchstabenschrift der Gallia und Helvetia im Bellum Gallicum 1,29 und 6,14 sagt «Grekis utuntur letaris». Immerhin stellte sich in 5,48 heraus, dass es nicht ganz und gar griechische Buchstaben waren. Cäsar zieht also nur einen Vergleich, und zwar einen sehr richtigen. Denn die Schrift, die mit keiner bekannten Buchstabenform genau identisch ist, gleicht oberflächlich betrachtet noch am meisten der griechischen Schrift, wie sie auf Monumenten oder in den ältesten Handschriften vorkommt, und gehört zu der Form, die man Lapidar oder Steinschrift nennt. Dabei ist mir später klar geworden, dass der Schreibe des letzten Abschnittes des Buches ein Zeitgenosse Cäsars gewesen ist. Die Form und der Ursprung dieser Schrift sind im ersten Abschnitt des Buches so umständlich und ausführlich beschrieben, wie man es von keiner Sprache vorzeigen kann. Sie ist sehr vollkommen und besteht aus 34 Buchstabenzeichen, darunter drei unterschiedliche Formen für das A und U und zwei für das E, I, Y und O. Zusätzlich vier zusammengesetzte oder doppelte Konsonanten, NG, TH, KS und GS. Das NG, das als Nasallaut in keiner anderen westlichen Sprache ein besseres Zeichen hat, ist eine unteilbare Verbindung, das TH ist weich wie im Englischen und wird teilweise durch D ersetzt, und das GS kommt nur sehr selten vor. Ich glaube, nur in dem Wort Sechse, für Sagen. Im heutigen Friesisch Sitze, ausgesprochen Sisze. Das Papier, Groß-Quad-Format, ist Baumwollpapier, ziemlich dick, ohne Wasser- oder Fabrikzeichen, auf einem Rahmen- oder Drahtraster geschöpft, mit nicht sehr weiten senkrechten Linien. Ein einführender Brief nennt das Jahr 1256 als das Jahr, in dem die Abschrift von Hedo Overalinda auf überseischem und ausländischem Papier angefertigt wurde. Demnach müsste es aus Spanien stammen, wozu derzeit die Araber Baumwollpapier herstellten und in den Handel brachten. Diesbezüglich schrieb W. Wattenbach in »Das Schriftwesen im Mittelalter«, Leipzig 1871, Seite 93, Zitat »Die Bereitung von Papier aus Baumwolle soll bei den Chinesen seit Uralter Zeit üblich und bei der Eroberung von Samarkand um das Jahr 704 den Arabern bekannt geworden sein. In Damaskus wurde die Fabrikation lebhaft betrieben und man nannte es deshalb »Karta Damascena«. »Durch die Araber kam die Kunst zu den Griechen. Man will griechische Handschriften aus Papier aus dem 10. Jahrhundert haben und im 13. Jahrhundert werden sie schon häufiger als die Pergamentinnen«. Und so weiter. Zitat Ende. Weiter zitierend, Seite 93. »Man nannte es, um es vom ägyptischen Papier zu unterscheiden, »Karta Bombucina«, »Gossypina«, »Kutunea«, »Xylina«. Weiteres Zitat von Seite 94. »Linnenpapier davon besonders zu unterscheiden, hatte man nicht leicht für Anlassung und brauchte gewöhnlich nur den allgemeinen Ausdruck »Papier«. Ursprünglich soll die rohe Baumwolle zur Papierbereitung verwendet sein. Lumpenpapier erwähnt zuerst Petrus Clonia Zensis, 1122 bis 1150. Zitat von Seite 95. »Von den Arabern lernten die Spanier und die Italiener die Papierfabrikation.« Zitat von Seite 96. »Jativa, Valencia, Toledo sind Hauptpunkte, daneben Fabriano in der Mark Ancona.« Zitat von Seite 99. »In Deutschland ist der Gebrauch dieses Stoffes wohl nicht sehr verbreitet gewesen.« Hinweis, hier hat Othema nachfolgend den Halbsatz hinzugefügt. »Es sei denn, das Papier wurde aus Italien oder Spanien eingeführt. Je mehr die Fabrikation sich aus dem Orient und damit in lebhafter Verbindung stehenden Ländern entfernte, desto mehr musste auch Leinen an die Stelle der Baumwolle treten. Eine Urkunde aus Kaufbeuren auf Linnenpapier aus dem Jahr 1318 ist zweifelhaft. Bottmann setzte das älteste reine Linnenpapier in das Jahr 1324. Bis 1350 käme daneben Gemischtes vor. Nun ein Zitat von Seite 134. »Alle sorgfältig geschriebenen Manuskripte aus der ältesten Zeit bekunden schon durch die Regelmäßigkeit der Zeilen, dass sie lineiert gewesen sind, auch wo die Spuren davon nicht mehr erkannt werden können. Zum Lineieren benötigte man eine dünne Bleischeibe, ein Lineal und einen Zirkel, um die Abstände zu markieren. In den alten Handschriften ist die Tinte dunkelschwarz oder bräunlich. Nachdem aber seit dem 13. Jahrhundert mehr geschrieben wird, verfärbt die Tinte sich oft grau oder gelblich oder bleicht manchmal ganz aus, ein Beweis, dass sie eisenhaltig ist. Ende der Zitate aus dem Buch von W. Wattenbach »Das Schriftwesen im Mittelalter« Dies alles trifft genau auf die vor uns liegende Handschrift aus der Mitte des 13. Jahrhunderts zu, die mit klaren, schwarzen Buchstaben zwischen feinen, genau mit Blei gezogenen Linien geschrieben wurde. Die Farbe der Tinte zeigt deutlich an, dass sie nicht eisenhaltig ist. Durch diese Kennzeichnung wird die angegebene Jahreszahl 1256 ganz und gar gefestigt und ist ein späterer Ursprung undenkbar, aber damit entfällt auch jeglicher Verdacht eines Betruges in späterer Zeit. Die Sprache ist überaltes Friesisch, noch älter und viel reiner als die Sprache des Friesischen Rucht, Bock oder alter friesischer Gesetze und davon in vielen Formen und Buchstabierungen unterschieden, sodass sie eine völlig einzigartige Dialektform wiedergibt, die den Lokalitäten nach die Sprache gewesen sein muss, wie sie vom Flieh bis an die Schelde gesprochen wurde. Fußnote, dieses überalte Altfriesisch oder Ingewonisch wurde in der Frühzeit und vor der Vermischung mit anderen Völkerschaften in fast ganz Europa gesprochen, zuletzt auf dem Gebiet des späteren Deutschen Reiches einschließlich Holland und Dänemark und Südengland. Der Stil ist höchst einfach, kurz gefasst, in kurzen Sätzen, ungezwungen sich bewegend, eben wie die tägliche Umgangssprache und frei in den Formen der Worte. Die Buchstabierung ist gleichfalls einfach und bequem, sodass das Lesen nicht die geringste Mühe kostet und bei aller Regelmäßigkeit dennoch so frei, dass jeder der verschiedenen Schreiber, die an dem Buch gearbeitet haben, seine eigenen Besonderheiten hat, die entstanden sind durch die Änderung der Aussprache der Vokale im Verlaufe langer Zeiträume, was natürlich der Fall sein muss, da der letzte Abschnitt fünf Jahrhunderte später geschrieben wurde als der erste. Dieses Buch, glaube ich, sagen zu können, ist als Antiquität in Sprache und Schrift einmalig in seiner Art. Die Schrift gibt Anlass zu einer vielleicht sehr wichtigen Bemerkung. Die Griechen wissen und erkennen an, dass sie ihre Schrift nicht erfunden haben. Sie schreiben die Einführung der Schrift dem Kadmus zu, einem Phönizier. Die Namen ihrer ältesten Buchstaben, von Alpha bis zum Tau, stimmen so vollständig überein mit den Namen der Buchstaben des hebräischen Alphabets, mit dem das Phönizische wohl nahe verwandt gewesen sein mag, dass die phönizische Herkunft dieser Namen wohl nicht bezweifelt werden kann. Aber die Form der Buchstaben unterscheidet sich so völlig von allem in der phönizischen und hebräischen Schrift, dass in dieser Hinsicht an keine Verwandtschaft zu denken ist. Von woher haben also die Griechen die Schreibweise der Buchstaben empfangen? Aus Tedbock terra adela folsta, also das Buch von Adelas Anhängern, lernen wir, dass zu der Zeit, als Kadmus gelebt haben muss, etwa 16 Jahrhunderte vor Christus, ein lebhafter Handelsverkehr zwischen den Frias oder Friesen und den Phöniziern bestand, die sich Kadema, Küstenbewohner, nannten. Der Name Kadmus kommt zu sehr an das Wort Kadema heran, um nicht zu folgern, dass Kadmus einfach einen Phönizier bezeichnet. Fußnote des Herausgebers zum Begriff Frias und Friesen Friesen gab es damals noch nicht. Es hätte richtigerweise immer dann, wenn Ottema von Friesen oder Friesisch spricht, besser Frias oder Ingewonisch heißen müssen. Daran sollte man beim Lesen dieses alten Vortrages von Ottema stets denken. Ottema selbst bezeichnet Frieso als den mutmaßlichen Stammvater der Friesen. Ende der Fußnote Weiter im Text Weiter lesen wir, dass sich um die gleiche Zeit eine Priesterin von der Burg zu Walcheren, Minerva, auch Nihelenia genannt, als Herrin einer Frias-Kolonie in Attica niederließ und dort die Burg Athena gegründet hat. Ebenso aus den Berichten, die an den Wänden der Varaburg aufgezeichnet waren, dass Finders Volk auch eine eigene Schrift besaß, die jedoch sehr umständlich und mühevoll zu lesen war und dass die Tyrier und die Kräkerländer daher die Schrift von Fria gelernt haben. Fußnote, mit Kräkerländer werden in den OLH die Halbinseln von Griechenland, Italien und Spanien bezeichnet. Weiter im Text. Bei dieser Vorstellung erklärt sich die ganze Sache von selbst und es wird deutlich, wodurch die äußerliche Ähnlichkeit zwischen der griechischen und der altfriesischen engevonischen Schrift entstanden ist, die auch Cäsar bei den Galliern ins Auge gefallen ist. Ebenso auf welche Weise die Griechen die Benennung von Finders und die Schreibweise von Frias Schrift nebeneinander bekommen und behalten haben. Ebenso auffällig ist die Schreibweise der Ziffern. Man nennt unsere Zahlen gewöhnlich arabische Ziffern, obwohl sie mit den arabischen Zahlzeichen nicht die geringste Ähnlichkeit haben. Die Araber in Spanien haben ihre Ziffern nicht aus dem Osten mitgebracht, denn die semitischen Völker benutzten das gesamte Alphabet zum Aufschreiben von Zahlen. Die Art und Weise, mit zehn Zeichen alle Zahlen auszudrücken, haben die Araber im Westen gelernt. Doch dafür Zeichen ausgewählt, die einigermaßen mit ihrer Buchstabenschrift übereinstimmten und dennoch nach westlicher Art von links nach rechts geschrieben wurden. Unsere Ziffern scheinen hier ursprünglich altfriesische engevonische Ziffern gewesen zu sein, deren Schreibweise den gleichen Ursprung hat, wie die Buchstabenschrift und von den Linien des Jol abgeleitet ist. Das Buch, so wie es vor uns liegt, besteht aus zwei voneinander sehr verschiedenen und zeitlich ziemlich weit auseinanderliegenden Teilen. Als Schreiberin des ersten Teiles nennt sich Adela, die Frau von Apoll, Grevetmann Ovira Linda Urda, für Obergraf über die Linderorte. Dies wurde durch ihren Sohn Adelbrost und ihre Tochter Apollonia fortgesetzt. Das erste Buch, von Blatt 1 bis 87 gehend, wurde von Adela geschrieben. Eine Fortsetzung auf den Blättern 87 bis 89 wurde von Adelbrost angefangen und von Apollonia weitergeführt. Das zweite Buch, von Blatt 90 bis 113 gehend, wurde von Apollonia geschrieben. Lange Zeit danach, wahrscheinlich 250 Jahre später, wurde ein drittes Buch auf den Blättern 113 bis 133 von Frederik geschrieben. Die Fortsetzung auf Blatt 133 bis 142 von seiner Witwe Viljov. Danach Blatt 143 bis 168 von ihrem Sohn Koneret, so dann Blatt 168 bis 192 von ihrem Enkelsohn Beden. Nun fehlen Blatt 193 und 194, mit denen der letzte Teil von Blatt 195 bis 210 angefangen haben muss, wodurch uns der Verfasser unbekannt ist. Es wird wohl ein Sohn von Beden gewesen sein. Viljov nennt auf Blatt 134 noch eine Schrift von Adela. Dort erwähnt sie Tet-Bok-Terra-Sanga, das Buch der Gesänge, Terra-Tellinga, der Erzählungen, und Tet-Helenia-Bok, das Helenia-Buch. Und anschließend Für die Zeitbestimmung müssen wir von dem Jahr 1256 nach Christus ausgehen, in welchem Hedo-Oera-Linda die Abschrift gefertigt hat und von dem er sagt, dass es das 3449. Jahr war, nachdem Atlant versunken ist. Dieser Untergang des alten Landes, Altland, Atlant, ist auch bei den Griechen in Erinnerung gewesen, und Plato erwähnt in seinem Thema Ios 24 noch das verschwundene Atlantis, von dessen Lager nichts anderes bekannt war, als dass es weit außerhalb der Säulen des Herkules gelegen hatte. Aus dieser Schrift ist ersichtlich, dass es ein weit ausgestrecktes Gebiet westlich von Jütland gewesen ist, wovon Helgoland und die nordfriesischen Inseln die letzten kümmerlichen Überreste sind. Fußnote, dies geht nicht so eindeutig aus den OLH hervor, wie Othema hier annimmt, es müssen damals auch andere Länder untergegangen sein, denn Inka ist gemäß Platz 57 im Jahre 2193 vor der Zeitrechnung von Kadic, heute Kadiz, nach Westen gefahren, um eventuell noch Reste von Altland zu finden. Dieses Geschehen, durch das, wie es scheint, eine große Zerstreuung der Frias-Völker verursacht wurde, war der Anfangspunkt einer eigenen Zeitrechnung, deren Beginn dem Jahre 2193 vor Christus entspricht, bei den Geologen als die erste zimbrische Flut bekannt. Kurzer Hinweis noch zum Datum. Rein mathematisch ergibt sich am Zahlenstrang aus 3449 minus 1256 gleich 2193. Da die christliche Zeitrechnung jedoch das Jahr 0 nicht kennt, hat die Naturkatastrophe rein mathematisch im Jahre 2192 vor Christus stattgefunden. Auf Blatt 79 beginnt eine Geschichte aus dem Jahr 602, nachdem Atlant gesunken ist, also im Jahr 591 vor Christus, und auf Blatt 82 der Bericht über die Ermordung von Frana, der Ehrenmutter zu Texel, zwei Jahre später, also im Jahr 589 vor Christus. Wenn nun Adela ihre Niederschrift mit ihrem eigenen Auftreten in einer Volksversammlung beginnt, 30 Jahre nach dem Tage, an dem die Ehrenmutter umgebracht worden war, dann befinden wir uns im Jahre 559 vor Christus, also vor der Zeitrechnung. Aus den Schriften ihrer Tochter Apollonia erfahren wir, dass Adela 15 Monate nach dieser Versammlung bei einem Überfall auf Texland durch die Finnen getötet worden ist, äh, Berichtigung des Herausgebers, der Überfall fand vor dem Hause Adelas in den Linda-Urda statt. Dieses müsste also im Jahre 557 vor Christus stattgefunden haben, und hieraus folgt, dass das erste Buch von Adela im Jahre 558 vor Christus geschrieben wurde. Das zweite Buch, das von Apollonia geschrieben wurde, mag also um das Jahr 530 vor Christus fertiggestellt worden sein. Der spätere Teil umfasst die Geschichte der bekannten Könige von Friesland, Frieso, Adel in Klammern Ubo und Asega Aska, genannt Schwarzer Adel. Gleichwohl wird von dem dritten König Ubo nichts berichtet oder dieser Teil ist leider verloren gegangen. Blatt 169 bis 188 fehlen. Fretorik, der erste Schreiber, der hier vorkommt, ist ein Zeitgenosse der Geschehnisse, die er erzählt, nämlich von der Ankunft Friesos. Er ist ein Freund von Lüutgert, dem Gertmannen, der als Skelter bieter Nacht mit der Flotte von Wichhirte, dem Skinning, zusammen mit Frieso im Jahr 303 vor Christus hierher, gemeint ist Holland, gekommen war, 1890 Jahre nachdem Atlant gesunken war. Aus Lüutgerts Tagebuch hat er viele seiner Berichte entnommen. Der letzte Schreiber gibt sich selber ganz deutlich als ein Zeitgenosse des Schwarzen Adels oder Askas zu erkennen, etwa um die Mitte von dessen Regierung, die bei Furmerius auf 70 vor bis 11 nach Christus datiert wird, zeitgleich mit Julius Cäsar und Augustus. Er schrieb also in der Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus und hatte Kenntnis von der Eroberung des Landes der Golen, also Gallia, durch die Römer. Es liegen demnach reichlich zwei Jahrhunderte zwischen den beiden Teilen der Handschrift. Von den Gola lesen wir auf Blatt 60, Die Golen sind also die Druiden und der Name Gallia, der auf ein ganzes Volk übertragen wurde, eigentlich der Name eines Priesterordens oder Priesterstammes östlicher Herkunft, ebenso wie bei den Römern die Gallia, Priester der Kybele. Husnote 17, Kybele gleich Phrygische Göttin, Phrygien war ein antikes Reich in Nordwestkleinasien, Zybele gleich Sybille, Wahrsagerin der griechischen und römischen Sage, der im altrömischen Staate Bedeutung beigemessen wurde. Der Inhalt des Ganzen ist in jeder Hinsicht neu, es steht nämlich fast nichts darin, das wir anderswoher bereits wussten. Was wir hier von Friso, Adel und Aska lesen, unterscheidet sich ganz und gar von allem, was unsere bekannten Chronisten zu erzählen wissen, oder sie betrachten solches mit völlig anderen Augen. Zum Beispiel, bei allen Erzählungen, dass Friso aus Indien gekommen sei und dass somit die Friesen aus Indien stammen, und dennoch fügen sie dann hinzu, dass Friso ein Germane war und zu einem persischen Stamm gehörte, den Herodot Germanen, Germanioi, nannte. Nach den Berichten, denen wir hier begegnen, ist Friso auch aus Indien gekommen, und zwar mit der Flotte des Nearchus, aber er ist deswegen kein Inder. Er ist von friesisch-ingewonischer Herkunft, von Frias-Volk. Er gehörte nämlich zu einer Kolonie Frias, die sich nach dem Tode Nihelenias 15,5 Jahrhunderte vor Christus unter der Führung einer Priesterin Gerd Ampangab, also Indus, niederließ und den Namen Gerd Mannen angenommen hatte. Die Gerd Mannen sind nur einem der griechischen Chronisten bekannt, nämlich Strabo, der sie als Germanes bezeichnet, einem von den Brahmanes in Sitten, Sprache und Gottesdienst ganz und gar und in allem unterschiedlicher Volksstamm. Von den Schreibern, die über Alexanders Herzüge berichten, werden weder Frias noch Gerd Mannen erwähnt. Doch sprechen sie von Indus Güte und geben dadurch an, ein Volk zu kennen, das zwar in Indien wohnt, aber aus dem fernen, unbekannten Norden abstammte. In den Berichten von Newt Gerd werden keine Namen von Ortschaften erwähnt, wo die Frias in Indien gewohnt haben. Wir erfahren lediglich, dass sie sich zuerst in dem Lande östlich des Pangabs niedergelassen haben und später nach dem westlichen Ufer dieses Flusses umgezogen sind. Weiter wird als eine Besonderheit mitgeteilt, dass die Sonne im Sommer am Mittag direkt über ihren Häuptern stand. Sie wohnten also nahezu unter dem Wendekreis. Und nun finden wir bei Ptolemäus, siehe zum Beispiel die Karten von Kiepert, genau dort auf 24 Grad nördlicher Breite am westlichen Ufer des Indus, den Namen Minagara. Und einen Grad östlich davon, auf 22 Grad nördlicher Breite, noch ein Minagara. Der Name ist reines Altfriesisch oder ingewonisch, ebenso wie Valhalla-Gara, Folsa-Gara. Und abgeleitet von Minna, dem Namen einer Ehrenmutter, zu deren Zeit die Fahrten von Thünis und seinem Vater Inka stattfanden. Die Übereinstimmung ist zu augenfällig, um nur zufällig zu sein, um dieses Minagara nicht für die Hauptstadt dieser altfriesischen oder ingewonischen Niederlassung zu halten. Die Errichtung dieser Kolonie in Indien am Pangab um 1550 v. Chr. und ihre Reise dorthin finden wir in Adelas Buch ziemlich ausführlich beschrieben, und zwar mit der Hinzufügung einer äußerst merkwürdigen Besonderheit, dass nämlich die Frias-Seeleute durch die Straße gefahren sind, welche in jener Zeit noch in das Rote Meer mündete. Aus einem Bericht von Strabo ist ersichtlich, dass Eratosthenes, ein altgriechischer Gelehrter, noch Kenntnis von dieser ehemaligen Meerenge besessen hat, wovon die späteren Geografen keine Meldung mehr machen. Sie bestand noch zu Moses Zeiten, als er sich bei Pi-ha-Chiroth lagerte, der Mündung der Meerenge. Strabo erwähnt obendrein, dass Sesostris einen Versuch unternommen hatte, die Landenge durchzugraben, aber diesen Plan nicht hat ausführen können. Dass dort wirklich einmal das Meer hindurchgeströmt ist, beweisen die Auswertungen der geologischen Untersuchung der Landenge durch die Suezkanalkommission, worüber der Herr Renaud am 19. Juni 1856 einen Bericht bei der Académie des Sciences veröffentlicht hat. In diesem Bericht kommt unter anderem vor, die deutsche Übersetzung, Zitat, Eine stark umstrittene Frage ist diejenige zu wissen, ob in der Epoche, als die Hebräer unter der Führung von Moses aus Ägypten flohen, die Bitterseen noch Teil des Roten Meeres waren. Diese letztere Hypothese würde besser mit den Texten der heiligen Bücher übereinstimmen als die entgegengesetzte. Aber dann muss man zugeben, dass seit der Epoche des Moses das Wasser von der Schwelle von Suez weggelaufen ist. Zitat Ende In Anbetracht dieser Frage ist es sicher von Bedeutung, in dieser altfriesisch-ingiovonischen Handschrift einem Bericht zu begegnen, aus dem ersichtlich ist, dass die Verbindung der Bitterseen mit dem Roten Meer in der Mitte des 16. Jahrhunderts vor Christus noch bestand und die Wasserstraße noch befahrbar war. Die Handschrift berichtet weiter, dass kurz nach der Durchfahrt der Gärtmannen das Meer und die Erde bebten und die Erde ihren Leib so weit emporhob, dass das ganze Wasser aus der Wasserstraße herausfloss und dass sich alle Watten und Strände wie ein Wall emporhoben. Diese Dinge werden also nach Moses seiner Zeit geschehen sein, sodass während des Exodus die Strecke zwischen Suez und den Bitterseen wohl noch befahrbar war, aber bei niedrigem Wasserstand trockenen Fußes durchwandert werden konnte. Hinweis, Othema gibt den Exodus mit 1564 v. Chr. an, aber der Herausgeber kommentiert, diese Zeitangabe Othemas dürfte heute nicht mehr haltbar sein. Diese Stelle ist also der ursprüngliche Isthmus, nach dessen Bildung die davor liegende Bucht bis nordwärts an den Golf von Pelusium sicher bald gänzlich verschlampt ist. Eine deutliche Übersicht über die Formation dieses Gebietes bietet die L'année scientifique et industrielle etc. beigefügte Karte von Louis Figouet, erster Jahrgang, Paris, Hachette 1857. Ein anderer Bericht, der auch nur bei Strabo vorkommt, findet hier unmittelbar eine Erklärung und Bestätigung. Strabo ist unter den griechischen Schriftstellern nämlich der einzige, der erwähnt, dass Nearchus, nachdem seine Truppen im persischen Golf an der Mündung des Pasi-Tigris ausgeschifft waren, auf Befehl Alexanders mit seiner Flotte wieder aus dem persischen Golf gefahren ist. So wie dieser Bericht da steht, ist nicht ersichtlich, was Nearchus dort zu suchen hatte und was das Ziel der weiteren Reise gewesen sein könnte. Nur um geografische Untersuchungen durchzuführen, wie Strabo annimmt, brauchte er doch nicht eine ganze Flotte mitzunehmen, dazu wären ein oder zwei Schiffe ausreichend gewesen. Wir erfahren auch nicht, dass er wieder zurückgekehrt ist. Wo ist er dann mit dieser Flotte geblieben? Auf diese Frage finden wir hier die Antwort in der altfriesischen ingewonischen Lesung der Geschichte. Alexander hatte diese Schiffe am Indus, von den dort ansässigen Nachkommen der Frias, den Gerdmannen, gekauft oder bauen lassen und dort ihre Schiffsleute in Dienst genommen, die von Friso angeführt wurden. Alexander hatte nach der durchgeführten Reise und dem Transport der Truppen für die Schiffe keine Verwendung mehr im persischen Golf, wollte sie aber im Mittelmeer gebrauchen. Das hatte er sich in den Kopf gesetzt und das musste ausgeführt werden. Alexander wollte etwas tun, das niemand vor ihm gemacht hatte. Zu diesem Zweck musste Nearchus das Rote Meer hinauffahren und fand dort an dessen Ende, bei Suez angekommen, 200 Elefanten vor und 1000 Kamele und Handwerksleute und Gerätschaften, Balken, Taue und so weiter, um die Schiffe an Land zu holen und über die Landenge zu schleppen. Dieses Unterfangen wurde mit so viel Überlegung und Eifer angefangen und durchgeführt, dass nach einer Arbeitsdauer von drei Monaten die Flotte im Mittelmeer wieder zu Wasser gelassen wurde. Dass die Flotte tatsächlich ins Mittelmeer gebracht wurde, ergibt sich aus einem Bericht des Plutarch, doch lässt dieser zu diesem Zwecke Nearchus mit der Flotte um Afrika herum durch die Straße des Herkules segeln. Nach der Niederlage bei Actium eiferte Cleopatra diesem Vorbild nach, indem sie versuchte, ihre Flotte über den Isthmus zu bringen, um nach Indien zu fliehen. Sie wurde hieran durch die petreischen Araber gehindert, die ihre Schiffe in Brand steckten. Siehe Plutarch. Friso blieb, nachdem Alexander kurz darauf starb, in den Diensten von Antigonus und Demetrius, bis er durch Letzteren auf schändliche Weise beleidigt wurde und beschloss, mit seinen Mannschaften sein ursprüngliches Mutterland, Friasland, aufzusuchen. Nach Indien zurückkehren konnte er übrigens nicht. So ergänzen und erläutern sich die Berichte gegenseitig und bewirken dadurch eine erneute Bestätigung. Solche einzelnen Auszüge und überraschenden Ergebnisse führen mich zu der Schlussfolgerung, dass wir es hier mit mehr zu tun haben als mit bloßen Sagen und Legenden. Seit etwa 20 Jahren ziehen die Überreste von Pfahlbauten die Aufmerksamkeit auf sich, die zuerst in den Schweizer Seen bemerkt und danach in mehreren Gegenden Europas gefunden wurden. Man lese darüber Dr. E. Rückert, die Pfahlbauten, Würzburg 1869 oder Dr. T.C. Winkler im Volksalmanach 1867. Als man sie gefunden hatte, versuchte man aus den unter Wasser gelegenen Fragmenten von Waffen, Geräten und Hausrat zu erfahren, von wem und wann diese Aufenthaltsorte bewohnt gewesen waren. Aus den Berichten der Geschichtsschreibung erfuhr man darüber nichts, außer dasjenige, was Herodot über die Päonen schreibt. Eine einzelne Spur fand man in einer der Darstellungen auf der Trajan-Säule, auf der die Zerstörung eines Pfahldorfes in Dazie abgebildet ist. Doppelt wichtig ist es daher, aus der Handschrift Apollonias zu vernehmen, dass sie als Burgmeit etwa um 540 v. Chr. eine Reise den Rhein entlang gemacht, die Schweiz besucht und dort die Seebewohner Marsata, Marsaten, kennengelernt hat. Sie beschreibt ihre im See auf Pfählen gebauten Wohnungen, das Volk selbst, seine Art und Lebensweise. Sie berichtet, dass die Marsaten vom Fischfang und der Jagd leben und die Häute des Wildes mit Birkenrinde bearbeiten, um diese Pelze an die Rheinschiffer zu verkaufen, die sie weiter in den Handel bringen. Dieser Bericht über die Pfahlbauten in den Schweizer Seen kann nur in einer Zeit geschrieben worden sein, zu der die Pfahldörfer noch vorhanden und bewohnt waren. Im zweiten Teil der Handschrift wird von Koneret Oeralinda berichtet, dass Adel, der Sohn von Friso, etwa 250 Jahre v. Chr. mit seiner Frau Ifkja auch die Pfahldörfer in der Schweiz besucht hat. Zitat von Blatt 156. Von Valhallagara zogen sie entlang des südlichen Rheines, bis sie mit großer Furcht aufwärts des Rheines zu den Marsaten kamen, von denen unsere Apollonia geschrieben hat. Als sie dort eine Weile gewesen waren, gingen sie wieder nach den Niederungen. Zitat Ende. Später als in diesem Bericht wird bei keinem Chronisten irgendwo eine Meldung über die Pfahlbauten erwähnt. Und diese Tatsache ist durch 20 Jahrhunderte hindurch vollkommen unbekannt geblieben, bis im Jahre 1853 bei außergewöhnlich niedrigem Wasserstande Überreste solcher Wohnungen entdeckt wurden. Daher hat niemand einen solchen Bericht in späteren Zeiten erfinden können. Obwohl sich ein großer Abschnitt des ersten Teiles des Buches von Adela gänzlich im mythologischen Zeitalter vor dem Trojanischen Krieg abspielt, fällt hier in den Erzählungen ein großer Unterschied gegenüber den griechischen Mythen ins Auge. Die griechischen Mythen kennen keine Zeitbestimmung, noch weniger eine regelmäßige Zeitrechnung. Bei den Mythen besteht kein innerlicher Zusammenhang und keine Folgerichtigkeit. Die freie Erdichtung entwickelt sich in jeder Sage einzeln und unabhängig. Die mythologischen Geschichten widersprechen sich einander, beinahe in jedem Punkt. Les mythes ne se tiennent pas, zu deutsch, die Mythen halten sich nicht, das heißt, sie haben keinen Bezug, ist der einzige Schlüssel zur griechischen Mythologie. Hier, also in den Oära-Länder-Handschriften, begegnen wir demgegenüber einer regelmäßigen Jahreszählung, ausgehend von einem festen Zeitpunkt, dem Untergang von Altland, 2193 vor der Zeitrechnung. Die Geschichten, natürlich, einfach, oft naiv, widersprechen sich niemals und sind immer miteinander vereinbar, auch in Ort und Zeit. Wenn hier zum Beispiel die Ankunft und der Aufenthalt des Ulyssus bei der Burg Matkatlip auf Valhalagara, also Valcheren, was wohl der sagenhafteste Teil von allem ist, auf, Zitat, 1005 Jahre, seit dem Altland gesunken ist, datiert wird, dann entspricht das dem Jahre 1188 vor Christus und stimmt also ziemlich mit der Zeit überein, in der die Griechen meinen, dass der Trojanische Krieg stattgefunden hat. Die Ulyssussage ist nicht durch die Römer zu uns gebracht worden. Tacitus fand sie schon in Niedergermanien vor und sagt dazu, dass es zu Asciburgium einen Altar gab, auf dem der Name von Ulyssus und seinem Vater Laertes zu lesen war. Ein anderer bezeichnender Unterschied besteht darin, dass die griechischen Mythen keine Herkunft kennen, für ihre Geschichten nie Berichterstatter oder Schreiber nennen und somit keinen einzigen Zeugen anzuführen wissen. In Adelas Buch hingegen wird bei jeder Gelegenheit angegeben, wo es gefunden oder woraus es entliehen worden ist. Zum Beispiel Dies ist aus Minos Schriften oder Dies ist in die Wände der Varaburg geritzt. Dieses an der Friasburg. Dieses zu Stavia. Dieses auf Valhalla Gara. Und dann ist da noch etwas. Gesetze, eine regelrechte Gesetzgebung, wie sie in Adelas Buch in ziemlich großer Anzahl vorkommen, sind in der Mythologie eine unbekannte und mit ihrem Wesen unvereinbare Sache. Sogar wo der Mythos dem Minos die Einführung einer Gesetzgebung auf Kreta zuschreibt, weiß er über diese Gesetzgebung selbst nicht das Geringste zu berichten. Auch in der mythologischen Götterwelt gibt es keine Gesetzgebung, das einzige Gesetz ist dort das unabänderliche Schicksal oder der Wille des übermächtigen Zeus. Vom Vergleich mit der Mythologie ausgehend ist diese Handschrift, die selber keinen mythologischen Charakter trägt, ebenso merkwürdig, wenn man sie von der Geschichte aus betrachtet. Trotz der vielen und vielerlei Beziehungen mit Dänemark, Schweden und Norwegen findet man hier keine bekannten Spuren von der nordischen oder skandinavischen Mythologie. Nur Wodan scheint hier als Wodin vorzukommen, ein Frias-Herführer, der von einem Magi, dem König der Finnen, als Schwiegersohn angenommen und nach seinem Tode vergöttert wurde. Fußnote, Hinweis von Sigrid Schröder, es gibt Bezüge zum Beowulf-Epos, die Ottema im 19. Jahrhundert noch nicht bekannt waren. Die Frias-Götterlehre oder besser Gottesdienst ist höchst einfach und reiner Monotheismus. Vralda oder Vraldas Geist ist das einzige, ewige, unveränderliche, vollkommene und allmächtige Wesen. Vralda hat alle Dinge erschaffen, alles kommt aus ihm, erst der Anfang, dann die Zeit und anschließend Irta, die Erde. Irta gebärt drei Töchter, Lüder, Finder und Friar, die Stammmütter der drei Menschenrassen, der Schwarzen, der Gelben und der Weißen, Afrika, Asien und Europa. Als solche ist Friar die Mutter von Frias Volk, den Frias. Sie ist die Stellvertreterin von Vralda und wird als solche verehrt. Fria hat ihren Text, also Text oder Zeichen, gegeben, die ersten Gesetze und den Ehrendienst bei dem ewigen Licht eingeführt. Der Dienst besteht in der Erhaltung der allzeit brennenden Lampe Foddick, durch Priesterinnen, Meiden. An der Spitze dieser Meiden steht auf allen Burgen eine Burgfrau. Die höchste aller Burgfrauen ist die Ehrenmutter auf der Friarsburg in Texland. Die Ehrenmutter herrscht über das ganze Land. Die Könige dürfen nichts unternehmen, es darf nichts geschehen ohne ihren Rat und ihre Einwilligung. Die erste Ehrenmutter ist von Friar selbst ernannt worden, sie hieß Festa. Mit einem Wort, wir begegnen hier dem Prototyp des römischen Festa-Dienstes und der Festa-Linnen. Fußnote zu Festa, Festa wurde später auch Fosta genannt. Auf Helgoland gab es einen der Fosta geweihten Tempel. Helgoland selbst wurde auch Fosites-Land genannt. Man denke hierbei an Veleda in Klammern Wälder und Aurinia bei Tacitus und Gauna die Nachfolgerin von Veleda bei Dio Cassius. Von der Burg der Veleda spricht Tacitus als Edita Turis. Es war die Burg Managarda Vorda in Klammern Münster. Im Lande der Marsi nennt er diese Burg den Templum Tanfane so genannt nach dem Zeichen des Jol. Die letzte dieser Burgen ist die Festa Burg auf Ameland gewesen Templum Pfoste die nach Ocas Galensis im Jahre 806 zerstört wurde. Begegnen wir hier bei den Frias einem Gottesbegriff und religiösen Vorstellungen die völlig verschieden von den Mythologien anderer Völker sind so kommen hier noch unerwartete Dinge vor die im engsten Zusammenhang mit der griechischen und römischen Mythologie stehen und zwar mit der Herkunft zweier Gottheiten ersten Ranges Minerva und Neptun Minerva für mein Erbe in Klammern Athene ist ursprünglich eine Burg Maid Priesterin der Fria auf der Burg Val Halagara in Klammern Middelburg oder Domburg auf Valcheren und dieselbe Minerva ist gleichzeitig die geheimnisvolle rätselhafte Göttin von deren Verehrung fast keine Spuren übrig geblieben sind außer auf Valcheren in den Votivsteinen zu Domburg Nehalenja von der keine Mythologie etwas Näheres weiß als alleine den Namen dessen sich die Etymologie bemächtigt hat um daraus allerlei fantastische Schlüsse zu ziehen Fußnote Minerva wurde Nehalenja genannt weil der von ihr erteilte Rat Nü und Hel Neu und Klar war desgleichen heißt es in Pauli Epitome von Es Pomponius Festus De Verborum Signifikatione Minerva Dicta Quod Bene Moniat weiter im Text der andere Neptun bei den Etruriern Netunus der Gott des Mittelmeeres stellt sich hier zu seinen Lebzeiten als ein Frias Wikinger dar ein Seekönig der zu Alderga in Klammern altes Dorf nicht weit von Alkmar gelegen zu Hause war Sein Name war Thünis von seinen Mannschaften gewöhnlich Nev Thünis genannt der vorzugsweise das Mittelmeer zum Ziele und Schauplatz seiner Fahrten erwählt hatte und von den Thüriern zu der Zeit zum Gott erhoben worden sein soll als die phönizische Seefahrt sich allmählich auszubreiten begann und Frias Land ansteuerte um hier etwa 2000 Jahre vor Christus britisches Zinn nordisches Eisen und Bernstein aus der Baldasee dem Baltischen Meer zu holen Nachtrag Ingewonisch Nev ist gleich Vetter Nev Thünis war Vetter von Wodin Außer diesen beiden begegnen wir noch einer dritten mythologischen Person Minos dem Gesetzgeber von Kreta der hier als Frias Seekönig Mino erscheint geboren zu Linda Urda zwischen Wieringen und Kreil der den Kretern ein Gesetzbuch übermittelt hat nämlich der Minos der mit seinem Bruder Radamantis und Ajakos als Richter in der Unterwelt über das Schicksal der Geister bestimmt Nicht zu verwechseln mit dem späteren Minos dem Zeitgenossen des Ägeus und Theseus der in der Sage von Athen vorkommt Bei dieser Vorstellung kann vielleicht mancher sein Lachen nicht verkneifen und hat schnell die gern benutzten Worte fantastisch oder abenteuerlich zur Hand Auch ich konnte meinen Augen zuerst nicht trauen und dennoch bin ich bei näherer Betrachtung zu der Erkenntnis von überraschenden Übereinstimmungen gekommen die die Sache wesentlich weniger abenteuerlich machen als die Geburt der Athene aus dem Haupte von Zeus durch einen Beilschlag des Hephaistos Die griechische Mythologie kennt zum Beispiel von allen Göttern eine Jugend nur Pallas hat keine Jugend sie ist nur als Erwachsene bekannt Minerva kommt als Oberpriesterin aus der Fremde aus einem den Kräkerländern unbekannten Land nach Attika Pallas ist eine jungfräuliche Göttin Minerva ist eine Burg Maid Die blonde blauäugige Pallas unterscheidet sich durch diese Merkmale von den übrigen Göttern und Göttinnen als zugehörig zum Volk der Frias Die Weisheit der beiden und die sinnbildlichen Attribute sind die gleichen insbesondere die Eule Pallas gibt der neuen Stadt ihren Namen Athenai der übrigens im Griechischen keine Bedeutung hat Minerva gibt der vor ihr gegründeten Burg den Namen Athena der im altfriesischen in Gewohnischen sehr wohl eine Bedeutung hat und zu erkennen Ata dort hingekommen sind Minerva kommt etwa 1600 Jahre vor Christus nach Attica zu der Zeit in der sich die griechische Götterlehre zu formen beginnt Minerva ist mit der Flotte von Jon als Anführerin einer Kolonie in Attica gelandet Auf Valcheren wurde sie in späterer Zeit wie sich aus den römischen Votivsteinen ergibt Nehalenia als Göttin von Schiffbau und Seefahrt Nochmal ein kurzer Hinweis des Herausgebers Es sei hier nochmals daran erinnert dass es in dieser Rede Othemmers statt Friesen bzw. Friesisch immer Frias oder Altfriesisch bzw. Ingewonisch heißen müsste da die heutigen Friesen nicht mit den damals fast überall in Europa ansässigen Frias den Freien den Anhängern der Urmutter Fria verwechselt werden dürfen weiter im Text Die Zeit ist der Kroder der Karrenschieber der ewig mit dem Johl dem Rad herumlaufen und die Sonne entlang ihrer Bahn durch das Sternengewölbe von Wintersonnenstand zu Wintersonnenstand führen muss so entstehen die Jahre wobei jede Umdrehung des Rades einen Tag ausmacht im Mittwinter wird das Johlfest am Frierstag gefeiert dann werden Kuchen in der Form des Sonnenrades gebacken denn aus dem Johl hat Friah die Buchstaben gemacht als sie ihren Text schrieb und das Johlfest ist deshalb auch ein Fest zu Ehren von Friah als Erfinderin der Buchstabenschrift Eben Ebenso Ebenso dieses Johlfest in Dänemark und ganz Deutschland durch die Christenheit auf das Christfest und in unserem Lande also Holland auf den Sankt Nikolaustag verlegt worden ist Ebenso sicher sind unsere Sankt Nikolaus Puppen der Freier und der Freierin eine Erinnerung an Friah und unsere Sankt Nikolaus Festmahl Buchstaben eine Erinnerung an Frias aus dem Sonnenrad gebildete Buchstabenschrift Hier nochmal eine Fußnote des Herausgebers zum Verlegen des Datums durch das Christentum Hier Irrte Othema Das Johlfest wurde in Europa schon immer im Winter nach der Sonnenwende dem kürzesten Tag im Jahre in 13 Weihnächten gefeiert Demgegenüber wurde das Christfest die Geburt von Jesus Christus ursprünglich im Sommer gefeiert als die Hirten auf dem Felde waren Da die christianisierten Heiden jedoch fortfuhren ihr wichtigstes heidnisches Fest das Weihnachts- bzw. Johlfest weiterhin nach der Wintersonnenwende zu feiern beschlossen die Bischöfe das Christfest auf das heidnische Johlfest zu verlegen Da die letzte der 13 Weihennächte von den Heiden noch einmal besonders gefeiert wurde legten sie auf den 6. Januar die Heiligen Drei Könige Schon der Gegenpapst Hypolyt versuchte 217 nach der Zeitrechnung das Christfest auf den durchsetzen konnte sich damit aber erst Papst Liberius im Jahr 354 und auf dem ersten Konzil von Konstantinopel im Jahr 381 wurde die Geburt von Jesus Christus endgültig als Dogma vom Sommer auf den 25. Dezember verlegt In Mittel- und Nordeuropa dauerte es jedoch noch einige Jahrhunderte bis sich dieses Dogma durchsetzen konnte Erst im Jahr 813 erkannte eine Synode im deutschen Sprachraum den 25. Dezember als allgemeinen kirchlichen Feiertag an weiter im Text Ich kann nicht den ganzen Inhalt dieser merkwürdigen Schrift zergliedern und muss mich mit den angeführten Bemerkungen begnügen Sie mögen in etwa einen Eindruck von dem Reichtum und der Bedeutung ihres Inhaltes vermitteln Mag sie auch von Sagen durchsetzt sein auch als Sagen haben sie für uns einen Wert denn von dem Sagenschatz unserer Vorfahren ist so gut wie nichts übrig geblieben Ein inhaltlicher Beweis für das hohe Alter dieser Schrift liegt auch darin dass der Name der Batava noch nicht darin vorkommt Die Einwohner des ganzen Gebietes bis an die Schelde gehören zu Frias Volk Die Batava sind kein andersartiges Volk gewesen Der Name Batavi ist eine Erfindung der Römer die diesen Namen den Bewohnern des Landes beidseitig des Wales gegeben haben desjenigen Flusses der auf der Tabula Poitingeriana den Namen Patabus trägt Der Name Batavi kommt auch nicht früher vor als bei Tacitus und Plinius während die entsprechende Stelle bei Cäsar eingefügt wurde Fußnote siehe hierzu die Abhandlung von Othema über den Lauf der Flüsse durch das Land der Friesen und Batava De Frie Fries 1845 Mit noch einer Bemerkung bezüglich der Sprache will ich schließen Sie die sie bisher nur eine oberflächliche Einsicht in die Handschriften haben nehmen können sind betroffen über die Beschaffenheit der Sprache und die Übereinstimmung mit dem gegenwärtigen Friesisch und Holländisch hierin meinen sie einen Grund zu sehen um an der Altertümlichkeit der Handschriften zu zweifeln aber ich frage sie ist denn die Sprache eines Homers weniger gebildet als die von Plato oder Demosthenes und lebt nicht der größte Teil des homerischen Wortschatzes noch im griechischen unserer Tage fort es ist wahr eine Sprache ist ständig im Fluss und ist stets kleinen Veränderungen unterworfen wodurch man bei derselben Sprache Unterschiede in verschiedenen Zeiträumen findet dieser Wechsel der Sprache gibt gerade in dieser Handschrift dem Sprachwissenschaftler Stoff für wichtige Beobachtungen denn nicht nur dass sich jeder der acht Schreiber und Schreiberinnen die nacheinander an diesem Buch gearbeitet haben durch kleine Eigenheiten in Stil Sprache und Buchstabierung kennzeichnete sondern vor allem zwischen den beiden Teilen des Buches zwischen denen eine Zeitspanne von mehr als zwei Jahrhunderten liegt ist ein augenfälliger Unterschied vorhanden der zeigt welch eine langsam fortschreitende Veränderung der Sprache in diesem Zeitraum stattgefunden hat Als Zusammenfassung dieser Betrachtungen komme ich zu der Feststellung dass ich keine Gründe finden kann um an der Echtheit dieses Schriftstücks zu zweifeln Erdichtung kann es nicht sein zuallererst kann es die Abschrift aus dem Jahre 1256 nicht sein wer hätte zu dieser Zeit so etwas erdichten können sicherlich niemand und noch früher schon gar nicht in späterer Zeit ist eine Erdichtung aus dem einfachen Grunde ebenso unmöglich weil niemand mehr dieser Sprache mächtig war außer den Namen von Grimm Wask Richthofen und Hetema ist hier keiner zu nennen der als Sprachkundiger in diesem Fach bekannt gewesen ist oder die Sprache so studiert hat dass er darin hätte schreiben können und wenn es diesen jemand gegeben hätte dann stünde ihm noch kein größerer Wortschatz zur Verfügung als der begrenzte Vorrat den die Schriftstücks in den letzten vergangenen Jahrhundert eine Unmöglichkeit gewesen Wer dies in Zweifel ziehen möchte sollte anfangen zu erklären wo wann von wem und wozu eine solche Fälschung hätte begangen werden können und aus späterer Zeit das Gegenstück zu diesem Papier dieser Schrift und dieser Sprache vorweisen Dass die Handschriften aus dem Jahr 1256 obendrein kein Original sondern eine Kopie sind beweisen sowohl wiederholte Schreibfehler als auch einzelne Erklärungen von Wörtern die zur Zeit des Abschreibens bereits veraltet und kaum mehr bekannt waren zum Beispiel Blatt 82 Totera Flete Jefta Bedrum auf Blatt 151 Bergum Jefta Tonum von Tabesta Bjar Ein noch schlagenderer Beweis ist dass zwischen den Blatt Seiten 157 und 158 eine oder mehrere Seiten gefehlt haben die aus dieser Handschrift nicht hätten verloren gehen können weil Blatt 157 und 158 die Vorder- und Rückseite desselben Blattes sind Blatt 157 schließt Zitat Kurzer Einschub die Fußnote die Fußnote des herausgebers an dieser Stelle das echte Original mit der Abschrift des Hedo Oera Linder aus dem Jahre 1256 hat Othema offensichtlich noch vorgelegen der Fälscher der die zur Täuschung bestimmte Abschrift anfertigte die heute in der Provinzialen Bibliothek zu Leuwarden aufbewahrt wird hatte beim Abschreiben die Worte seine Frau sagte er die Maid an das Ende von Blatt 157 vorgezogen sodass die gefälschte Abschrift auf Blatt 158 nunmehr mit zu Textland gewesen war beginnt weiter im Text Dazwischen gibt es keinen Zusammenhang zumindest bricht er ab die Ankunft der Geladenen und der Bericht über die Begebenheiten bei der Versammlung sind weggefallen der Abschreiber muss also bei dem ihm vorliegenden Exemplar zwei Seiten anstatt einer umgeschlagen haben es bestand also ein älteres Exemplar und zwar dasjenige das im Jahre 803 von Liko Oviralinda geschrieben wurde wir dürfen also annehmen dass wir in diesem Schriftstück von dem der erste Teil im sechsten Jahrhundert vor unserer Jahreszählung abgefasst wurde dem ältesten Erzeugnis nach Homer und Hesiod der europäischen Literatur begegnen und da finden wir in unserem Vaterlande eine uralte Bevölkerung die im Besitz einer Entwicklung Kultur Gewerbe Schifffahrt Handel Literatur und reiner erhabener religiöser Vorstellungen ist wovon wir nicht die geringste Ahnung gehabt haben in unseren Vorstellungen reichten die geschichtlichen Erinnerungen unseres Volkes nicht weiter zurück als bis zur Ankunft von Friso dem mutmaßlichen Stammvater der Friesen Doch doch hier werden wir gewahr dass die Erinnerungen bis mehr als 2000 Jahre vor Christus zurückreichen und mit ihrem hohen Alter Hellas überragen und mit Israel gleichstehen Dr. J.G. Othema im Februar 1871 70